Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Teil von Märkte und Trends hier beim Aktionär. Das Thema der heutigen Sendung ist Zeit für einen DAX-Put, Sell and May and Go Away. Ich habe bei mir im Studio sitzen, Sami und Andreas, ich begrüße euch beide, hallo. Grüß dich, lieber Boris. Grüß dich, Boris, und hallo, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Die Märkte befinden sich nach Wirtschaftsdaten ein bisschen in Korrektur. Auf einmal machte sogar das Thema Zinsanhebung die Runde, was eigentlich in den letzten Wochen und Monaten komplett ausgeschlossen war. Von daher, Sami und Andreas, wie seht ihr denn die ganze Thematik? Wie habt ihr euch denn aufgestellt und was habt ihr in den nächsten Tagen und Wochen vor? Genau, nochmal hallo, grüß dich, lieber Boris. Vollkommen richtig, wir haben gestern die Einkaufsmanager-Indizes bekommen. Sehr robuste Wirtschaftsdaten, die letztendlich wieder dafür gesorgt haben, dass zum einen, was das Thema Zinssenkung betrifft, wieder in weiter Ferne gerückt ist. Und aber auch gleichzeitig das Thema Zinsanhebung nicht komplett aus der Agenda verschwindet. Und das hat gestern wieder so ein bisschen für leichte Unruhe an den Märkten gesorgt. Wir haben aber auch zusätzlich, darf man nicht vergessen, gerade was den Dow Jones betrifft, Boeing als Superschwergewicht noch mal deutlich unter Druck gekommen. Allein was das Thema der Restrukturierung betrifft, dass man da wieder einige Milliarden wahrscheinlich auch noch mal stärker investieren muss. Zusätzlich aber auch das schleppende Geschäft in China, was die Bestellmenge betrifft. Da gibt es auch durchaus einige Hürden, die gegenüber China auch erst mal so weit erfüllt werden müssen. Also einiges, was so letztendlich gestern wieder ein bisschen Druck auf dem Markt ausgeübt hat. Ich würde das Ganze aber jetzt auch gar nicht so stark dramatisieren. Zum einen haben wir auch immer darüber gesprochen, okay, wir haben jetzt erst mal unsere Berichtssaison. Gestern hatten wir noch den letzten größeren Player gehabt. Das war die Nvidia-Aktie, die wirklich top Zahlen gebracht hat. Die Aktie ist deutlich nach oben rausgelaufen. Und von daher steht das Thema mehr im Raum. Sell in May and go away. Das heißt also von der Saisonalität her, nachdem wir doch zwei richtig gute Quartale hatten, und zwar das Q4-Geschäft 2023 und das Q1-Geschäft 2024, dürfte meines Erachtens nach auch hier irgendwo die Tops jetzt erst mal erreicht sein. Dann dürften wir wieder ein bisschen auskonsolidieren. Entweder A, in Form einer Seitwärtsbewegung oder deutlich. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja auch noch zusätzlich die Präsidentschaftswahlen. War der ganze Erfolg bzw. die ganzen guten Kurse in der letzten Zeit alles zu techlastig, Andreas? Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Wir haben auch andere Werte gesehen, zum Beispiel aus dem Energiebereich, Pharma-Werte, die ganz gut gelaufen sind. Das, glaube ich, große Thema Nummer zwei hinter KI ist, sind ja die Anwenderindustrien. Das sind also die Automobil, vor allem der Automobilbereich und hier vor allem der E-Auto-Bereich. Und wir sehen, dass da eben ein harter Wettbewerb ist und dass dieser Wettbewerb sich natürlich dann auch in den Gewinnmargen auszeigt oder, wie man das sagt, reflektieren kann. Und das ist natürlich jetzt auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass man zum Beispiel wieder darüber diskutiert, ob diese Elektroautomania, die wir ja bis 2030 in Europa haben, 2035, ob man das wieder rückgängig zum Beispiel macht. Und zum Beispiel sagt, okay, also auch Verbrenner werden noch ein bisschen länger zugelassen werden, gerade was die deutsche Automobilindustrie angeht, wäre das vielleicht wahrscheinlich gar nicht mal so eine schlechte Geschichte. Aber auch international, weil außer Europa hat da ja bisher noch keiner so eine Radikalkur gemacht, selbst die Amerikaner haben das nicht gemacht. Und das heißt also, im Großteil der Welt werden natürlich noch konventionelle Fahrzeuge verkauft, Hybridfahrzeuge. Zum Beispiel machen die Japaner auch sehr viel. Aber da wollte ich das nur mal als Teil hinaus. Es ist also nicht so, dass es allein die Tech-Werte sind. Natürlich sind die Tech-Werte aus den USA, diese berühmten Magnificent Seven, die haben den Markt schon sehr stark beeinflusst in den vergangenen drei, vier Monaten. Und wir haben ja auch immer eine Zyklik, dass wir wissen, dass sie zwischen Oktober und April die Kurse tendenziell stärker steigen, als sie eben zwischen April und Oktober es tun. Was einfach auch eben ein bisschen damit zu tun hat, dass der Jahreswechsel dazwischen liegt, dass andere Zyklen dann wieder laufen, dass man zum Beispiel auch mehr gewillt ist und auch in der Lage ist, durch neue Liquidität zu bestimmten Zeiträumen, zum Beispiel zum Jahresanfang oder auch zum Jahresende dann alte Liquidität ummünzt bzw. dann neue Liquidität in den Markt fließen lässt. Diese Zyklen haben wir natürlich zur Jahresmitte nicht mehr. Da wird eigentlich im Prinzip nur außer zum Juli hin altes Geld ein bisschen umgewälzt. Und es werden natürlich auch im Fortgang des Jahres Gewinne, die dann entstanden sind, eher tendenziell abgesichert. Und das ist auch gleich unser Thema. Wir haben ja das Thema auch der Sendung, dass es, schön mit etwas reißerischer formuliert, Zeit für einen DAX-Put-Same. Siehst du das momentan so? Und wie bereitet ihr euch Bemerkungen und Trends diesbezüglich vor? Ja, also generell muss man eines erstmal zusammenfassen. Wir sind natürlich in einem intakten Aufwärtstrend. Wir bleiben auch weiterhin sehr stark optimistisch für das Jahr 2024. Wir haben noch einmal die Europawahlen, wir haben die Präsidentschaftswahlen. Wir haben eigentlich mehr Hinweise dafür, dass über kurz oder lang doch die Zinsen gesenkt werden müssen. Zwar durch die Einkaufsmanager-Indizes kurzfristig erstmal der kurze Dämpfer. Nichtsdestotrotz, wenn man sich den Realzins draußen anschaut und gegenüber der Inflation sind wir da einfach zu hoch. Und die Gefahr, einen zu starken Dollar zu haben, sorgt auch nicht unbedingt für eine laufende und brummende Weltkonjunktur. Wir sehen es ja in verschiedenen anderen Ländern dieser Welt, dass natürlich ein zu starker Dollar auch enorm viel Druck aus anderen Ländern ausübt. Und wenn das gesamte Konstrukt oder der ganze Mechanismus irgendwie nicht rund läuft, dann bringt es halt relativ wenig, wenn letztendlich nur einer daran partizipiert. Weil man kann nur partizipieren, wenn das gesamte Konstrukt letztendlich rund läuft. Wir haben, was den DAX betrifft, uns jetzt erstmal einen DAX-Put soweit rausgesucht. Zum einen ganz, ganz wichtig zu betonen, wir haben natürlich noch einige Aktien bei uns im Märkte- und Trends-Depot drin. Wir sind auch schon bereits ja richtig gut gelaufen. Knapp mit 70 Prozent seit November letzten Jahres bis aktuell jetzt. Wir haben auch einiges schon bereits in den steigenden Markt soweit verkauft. Aber der DAX-Put, den würden wir jetzt heute nach der Sendung ebenfalls aufnehmen. Zum einen als Absicherung, aber auch zusätzlich, wo wir natürlich mit dem DAX selbst davon ausgehen, dass möglicherweise auch hier erstmal so ein kurzfristiger Rücksetzer stattfinden kann. Die Wertpapier-Kennnummer ist die Ulrich-Marta-049Q. Der Hebel 5,17, das ist das, was wir rausgesucht haben, wo wir dann auch hier auf den DAX oder auf eine DAX-Konsolidierung setzen, ohne dass wir jetzt erstmal unsere laufenden Positionen soweit schließen, sondern den DAX zum einen in der Korrektur gerne aufnehmen möchten, aber auch zusätzlich als sogenannte Absicherung. Und wann, beziehungsweise für wann habt ihr geplant, dass ihr den Trade ausführen wollt? Genau, also wir werden den Trade, so wie es aussieht, jetzt nach der Sendung dann aufnehmen. Noch einmal ganz wichtig, die Positionsgröße, die werden wir natürlich gesund auswählen. Das wird es bei uns im Märkte und Trends, also im Premium-Bereich oder im Plus-Bereich mit unseren Kunden dann auch so weit kommunizieren, dass wir den Wert aufgenommen haben. Auch noch einmal ganz wichtig ist natürlich keine Kaufempfehlung oder keine Anlageberatung, sondern das ist das, was wir persönlich umsetzen. Und die Positionsgröße, die müssen wir noch nach der Sendung ein bisschen definieren und auch ausarbeiten, damit wir da eine gesunde Absicherung mit drin haben. Und sollte der DAX dann auch mal ein bisschen auskonsolidieren, man sieht es auch im Übrigen relativ gut, seit November letzten Jahres, das ist dieser Bewegungstief auf der linken Seite, sind wir wirklich deutlich nach oben rausgelaufen. Da waren wir mit dem DAX irgendwo bei 14.500. Wir sind jetzt bei 18.600 Punkte angekommen. Nicht zu vergessen, mit Russland-Ukraine-Tief waren wir sogar deutlich tiefer. Irgendwo, glaube ich, bei 11.600. Also wir sind da wirklich steil nach oben rausgelaufen in den letzten zwei Jahren, gemessen an den letzten Bewegungstiefs. Und eine gesunde Konsolidierung schließe ich da einfach jetzt erstmal nicht im Moment aus. Es kann sein, dass wir nochmal vielleicht einen Test auf die Rekordhüchstände vornehmen, wie man es auch hier im Chart sieht. Aber ob der DAX jetzt zwei, drei, vier Prozent nochmal hochläuft, das ist okay. Das können wir ausbalancieren. Dann würden die Aktien partizipieren. Und dann kann man immer noch sagen, okay, wir nehmen den DAX-Put mal raus. Und letztendlich werden wir dann genau mit unserem DAX-Put, wenn das korrigiert, könnte man dann die Gewinne auch soweit realisieren, ohne dass man die Aktien in irgendeiner Form jetzt rausnehmen müsste. Liebe Zuschauer, wie seht ihr denn gerade die Entwicklung? Lasst es uns doch auf jeden Fall hier in den Kommentaren mal wissen, was ihr von der ganzen Geschichte gerade haltet. Wie sehen denn momentan auch die anderen Indizes aus? Also die US-Indizes wie zum Beispiel Dow Jones oder Nestec 100? Ja, genau. Möchtest du? Ja, beim Dow sehen wir, haben wir das ganz lieb. Bitteschön. So, Dow Jones. Ja, wir sehen beim Dow Jones nicht, dass wir ein Zertifikat haben. Das haben wir schon nicht mehr. Wir haben hier so eine Art Doppeltop, was wir hier sehen. Was wir auch gerade gestern gesehen haben. Wir haben ja durch die Nvidia-Zahlen erstmal noch so einen kleinen Spike gesehen bei der Nasdaq. Das haben wir nicht mehr beim Dow Jones gesehen. Der Dow Jones hat mehr oder überwiegend Werte gehabt, die eigentlich nur noch abverkauft worden waren. Als ich gestern im Live-Handel da reingeguckt habe, war es eigentlich nur noch rot. Und es sieht auch so aus, als wenn wir erstmal uns von den 40.000 Punkten wahrscheinlich verabschieden müssen. Was er mir schon gesagt hat. Das würde ich jetzt aber nicht als Ansage werten, dass das jetzt hier nach unten zusammenbricht oder sowas. Doppeltop bedeutet ja immer bei den Leuten, oh, das geht jetzt aber ganz stark nach unten. Es geht auch so, dass wir hier eher Seitwärtskonzidierung haben. Und dass wir vielleicht im Bereich zwischen 37 und 40 erstmal ein bisschen seitwärts laufen. Das ist für einen Trader zum Beispiel eine ganz hervorragende Geschichte. Weil da kann dann eben oben rein, oben shorten, unten long gehen. Für jemanden, der da mittelfristig unterwegs ist, der kann sich das natürlich auch in Ruhe anschauen und dann immer mal sortieren. Vielleicht auch den einen oder anderen Wert unten dann einsammeln zum Beispiel. Das sind ja bei diesen Konsolidierungsphasen auch immer gute Gelegenheiten. Aber wie wir es jetzt beim Dow gesehen haben, 40.000 ist jetzt erstmal ein bisschen zu viel kurzfristig. Das ist auch, wie gesagt, nicht so dramatisch. Ich nehme mal an, dass wir dann auch mit dem Sommer, am 100 Juli vielleicht nochmal einen Anlauf nehmen da drauf. Aber dass wir da schon groß drüber gehen, das ist einfach durch die Umstände, Präsidentschaftswahlkampf, Zinsdiskussion und so weiter, wahrscheinlich momentan nicht drin. Nesdek 100, gleiches Bild, Samir. Genau, wir können vielleicht nochmal ganz kurz auf den Dow Jones, also unser letzter Trade auf den Dow Jones, den haben wir im Übrigen auch mit gutem Gewinn. Ich glaube, 9 oder 10 Prozent ist das Zertifikat am Ende im Gewinn veräußert worden. Das war ja das Ziel, so Richtung 40.000 Punkte. Andreas hat es gerade gesagt, so ein bisschen, ja, ist ja auch nicht ausgeschlossen, also dass wir praktisch die Oberkante 40.000 sehen und vielleicht die Unterkante irgendwo bei 37, dass wir einfach über zwei, drei Monate hinweg einfach seitwärts laufen, ohne dass es zu größeren Trendbewegungen kommt. Und vielleicht nochmal ganz wichtig auch für die Zuschauer, wir werden natürlich auch, wir haben also jetzt Liquidität so ein bisschen praktisch aufbauen bei uns und schauen, wenn wir natürlich tief genug nochmal ein bisschen auskonsolidieren, immer noch weiterhin eher auf die Long-Seite gehen, als dass wir auf die Short-Seite gehen. Also die Präsidentschaftswahlen alleine, das zeigt auch einige Statistiken, gerade das letzte Quartal, also Q4 eines Geschäftsjahres, bei einer Präsidentschaftswahl ist immer deutlich extrem bullig und von daher bleiben wir da weiterhin optimistisch. Noch ganz schnell ein Blick auf die Nasdaq, ja. Nur kurz erwähnt, wir haben ja noch zwei Notenbank-Sitzungen vor uns im Juni und die dürften sicherlich auch für ein bisschen Volatilität sorgen. Also was wir da jetzt gestern und vorgestern gesehen haben, das würde ich nicht in Stein meißeln. Kurz noch ein Blick auf die Nasdaq, bis wir zum Ende der Sendung kommen. Genau, auch hier sind wir wirklich sehr steil rausgelaufen. Nasdaq würde ich jetzt tatsächlich ein bisschen anders bewerten. Das sind die ganz großen Tech-Werte, Microsoft, Apple, Nvidia, Netflix und Alphabet. Amazon würde ich komplett anders bewerten. Also hier würde ich nicht auf eine Korrektur groß setzen, Rücksetzer ja, aber trotzdem, die großen Magnificent Seven werden die Märkte immer wieder nach oben treiben. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei euch beiden fürs Zuschauen. Wir bedanken uns natürlich auch bei euch. Und bei uns geht es heute weiter auf unserer Webseite heavytraders.live um 14.15 Uhr. Da könnt ihr euch auf unserer Webseite registrieren im Livestream. Da geht es nämlich um die verschiedenen Automobilwerte. Es wird auch nochmal ein Blick auf die E-Mobilität geworfen und natürlich auch ein ganz großes Thema, die Zulassung von dem Ethereum als ETF. Dann werden wir natürlich nochmal auf den Bitcoin schauen und auf die Micro-Strategy. Von daher werden es spannende Themen sein. Von daher würden wir uns freuen, wenn ihr heute um 14.15 Uhr auch wieder mit dabei seid auf heavytraders.live. und das nicht Lonely día mit dabei seid. Wo wird die Google-Streich-Stache